Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen krassen Folge Homefront The Revelation. Ja, ich tue heute mal ein einziges Video vor. Heute ist Dienstag. Ne, warte mal, heute ist Montag. Nicht Dienstag. Oh. Wie geht's dir? Das geht, Mann. Arbeitsplatz nach M3 über M3 fährt in 15 Minuten ab. Batterien, Elektrogeräte, voll Funktionsschweig. Und ich weiss euch, dass das neuer ist. Halt ein wenig. Halt ein wenig. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Es gab einen schwerwiegenden Vorfall. Oh. Scheiße, Gott. Sehr gut, Brady. So werden sich uns noch mehr Leute anschnitten. Folgt mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was geht? Ich bin offen. Ach, der Scheiß. Ich bin offen. Was? Hm. Bereich sicher. Was? Eheweil Koreaner. Ja, gib mir krass. Oh, verzeih. Was? Was? Oh. Ja. 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 Das sind Wachposten, die erobert werden müssen. Stimme der Freiheit, wo du Radios auf den Sender des Widerstands umstellst. Sabotage, wo du die Infrastruktur der KVA zerstörst. Befreiungen, wie das Retten von Bewohnern vor Polizeibrutalität und schließlich das Zerstören der APCs, die die Straßen patrouillieren. Zusätzlich zum Bewegen der Herzen und Gedanken gewinnst du KVA-Tech-Punkte, mit denen du Waffenumwandlungen, Einsatzmethoden von Guerilla-Werkzeugen und neue Kit-Gegenstände kaufen kannst. Sobald Herzen und Gedanken 100% erreicht haben, kannst du die Übertragung der Widerstandspropaganda im ganzen Bezirk starten. Das wird die Leute veranlassen, sich aufzulehnen. Und du hältst Zugang zu den Schlüsselstützpunkten der KVA im Bezirk. Hey Brady, hier spricht Ned. Gute Arbeit bei der Besorgung der Informationen über den Distrikt. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Du siehst die Polizeistation, in der sich meine Jungs festhalten, aber momentan können wir keine Rettungsmission starten, da die Norks die Totalkontrolle haben. Was ist hier los? Das müssen wir ändern. Wir müssen die Leute auf uns besitzen. Versuche in ihren Ernst und Gedanken etwas zu bewegen, wenn wir sie für uns gewinnen können. Haben wir eine Chance und sobald wir Informationen zu Walker haben, können wir loslegen. Ich muss zum Waffenlager zurück, bevor es noch von irgendeinem Idioten in die Luft gesprengt wird. Aber ich melde mich wieder. Viel Glück, Brady. Brady, hier spricht Ned. Es funktioniert. Die Leute stellen sich auf unsere Seite. Mach so weiter, Brady. Wir müssen für Chaos sorgen, damit wir in dieser ganzen Verwirrung meine Jungs retten können. Spannende Musik. Braille, ich bin nur Lerner. Was? Was zur Hölle! Ich fühl mich wie, keine Ahnung, Friedenskämpfer. Ich habe durch ihn durchgestochen. Ich habe durchgestochen. Ich habe durchgestochen. Ich habe durchgestochen. Und dort. Die beste Idee war das, nicht meine. Ich habe durchgestochen. 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 Was? Bum-Bum Ichi-Yugi-Detsu-Teguri-Utschon-Bedach In diesem Sektor gab es eine Störung. Bitte bleiben Sie wo Sie sind und warten Sie auf die Friedensmächte. Sie benötigen womöglich Ihre Wiese. Am Arsch, die sind scheiße. In diesem Sektor gab es eine Störung. Bitte bleiben Sie wo Sie sind und warten Sie auf die Friedensmächte. Sie benötigen womöglich Ihre Hände. Es gab eine schwere Beziehung. Eine Wettungsteam wurde entsendet. Vertraue! Vertraue! Tum-Bum Tum-Bum Ichi-Yugi-Susseguri-Utschon-Bedaman Ichi-Yugi-Susseguri-Utschon-Bedaman Es gab eine schwerwiegende Störung. Ein Ermittungsteam wurde entsendet. Tum-Bum ichi-Yugi-Susseguri-Utschon-Bedaman Es gibt eine schwerwiegende Gröderung. Tum-UR Es gab eine Schwedenkrieg-Erstörung, ein Ermittlungs-Team wurde entsendet. Es gab eine Schwedenkrieg-Erstörung, ein Ermittlungs-Team wurde entsendet. Es gab eine Schwedenkrieg-Erstörung, ein Ermittlungs-Team, ein Ermittlungs-Team, ein Ermittlungs-Team, ein Ermittlungs-Team, ein Ermittlungs-Team. Ja! Ja! . 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. Unsteck. 20. 21. 20. 21. Der muss doch irgendwo. So, die... So. 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 Ich habe keine Zeit für diesen Runze. 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 ja die haben von folgen sind alle lang aufwendig kopfschmerzen habe oder nicht jetzt na Die Friedenswächter werden jeden vor Ort verhaftet, der bei der Beschädigung öffentlichen Alten von uns gesehen hat. Sie wurden gewarnt. Die Friedenswächter werden ausnahmslos verhaftet. Gehren Sie nach Hause zurück, wenn Sie nicht hier arbeiten werden wollen. Ich bin bereit. Gut gemacht, Brady. So erhalt zum Haus mit dem Tunneleingang zu. Von dort aus kannst du das Signal geben und eine Nachricht im ganzen Distrikt ausstrahlen, um die Leute wach zu rücken. Vielleicht ein andermal. Ich finde einfach Homefront The Revolution ist ein passender Teil oder ein passender Ego-Shooter, den ich dieses Jahr auch mal rausholen kann. Ich frage mich generell, warum der Grat im Moment so flüssig läuft, weil früher war der extremst ruckeldig. Aber naja. Vielleicht ändert sich's noch. Es gab einen schwerwiegenden Terroristik, um an den Stadion zu rücken. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie als Mietungsrechtler. Danke. 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 Du musst zu mir in die Klinik kommen. Sie ist auf deiner Karte. Ich will, dass du siehst, was du getan hast. Sprich mit Burnett in der Klinik. Hey, hast du mich nicht gesehen? Nö. Fick dich, KVA! Digga, hier wird den Paddler machen wir uns ein. Beschissene KVA! Das ist unsere Stadt! Fick dich, KVA! Was war das? Was war das? Oh, vielleicht. Na gut, Leute, in der nächsten Folge geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Was macht ihr da hinten?